leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von drive club in der auto version natürlich und wir spielen weiter und jetzt habe ich mir überlegt gehen wir hier oben lang oder gehen wir unten und ich habe mir überlegt wir machen jetzt haben wir oben gemacht jetzt machen wir unten dann mal wieder oben und stopp oben das muss ich mir noch kaufen runter runter hoch hoch runter hoch und immer so weiter ja die anderen werde ich mir auch noch holen natürlich aber wir fangen jetzt mal hiermit an genau und los geht's überlegen was meinten da königseck ach du scheiße fängt ja gut an aber naja zwei minuten 56 schweißer okay ja 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 noch mal was war denn das eben alter ja kraft hat er kraft hat er kraft hat er ja kraft hat er kraft hat er ja 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 kraft hat er kraft hat er ja 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 kraft hat er ja 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 Oh, wir hätten den ersten machen können. Ja, scheiße. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Machen wir das nächste Rennen. Machen wir das nächste. Ich weiß sie jetzt schon kaum. Mit der Kiste. Die ist aber so eklig. Also... Mhm, 33 Minuten. Kurvenfahre 1750. Ich bin voll geflogen gerade. Ich bin voll geflogen. Ich bin voll geflogen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. gut so leute wir fahren noch ein rennen und dann reicht das erstmal für heute jetzt habe ich falsch genommen ok nicht die tiste nicht der peugeot der ist so schlecht zu lenken und so hässlich normal kommt noch mal letzter versuch zu zeichen spielzeug auto kaufen oder wird sich so ein auto holen schön dass er elektro ist aber da fehlt der sound also ich brauche das blubbern man muss schon den motor richtig ordentlich arbeiten hören ok Komm schon, komm schon. Ja, ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es geht euch natürlich gut und schöne Ferien und genießt das hier ein bisschen in YouTube. So, verbremst, verlengt, alles auf einmal, bravo, aber wir sind immer noch ganz knapp, erster, ja, ich hab die Kante erwischt, ich hab die Kante erwischt, oh nein, und wir hätten ein erster sein können und sie werden überholt, scheiße. Jetzt hab ich sie eingeholt, oder ihn, oder es, eingeholt, alter, und baue dennoch trotzdem ist noch ein Unfall, alter, das ist doch nicht normal. Scheiße. Ne. Na ja, wir haben es versucht, wir haben es nicht hingekriegt. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es so ganz klein war, die Rennen und die Situation. Und... Nächsten wir mal weiter. In... Mercedes-Benz. Okay. Aha. Naja. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Und vergesst natürlich nicht das Liken, Kommentieren und Abonnieren. Wäre echt nett von euch. Dankeschön. Bis dann. So. Vielen Dank.